Hallöche, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute ist der letzte Donnerstag im Monat und es gibt wieder einen Hörgenuss von uns. Wir Mädels machen hier einmal im Monat eure Abo-Liste voll mit Hörgenüssen des Monats, wo ihr allerlei Buchtipps, Hörbuchtipps, Podcasts, Hörspieltipps bekommt. Alles, was irgendwie auf die Ohren geht, ja, das stellen wir euch an diesen letzten Donnerstag im Monat immer vor. Die Mädels findet ihr unten in der Infobox, schaut gerne mal bei allen vorbei und ich freue mich selbst immer sehr auf diesen Donnerstag, weil ja, meine Abo-Liste auch voll ist mit toll tollen Buchtipps und ich immer Spaß habe, die dann natürlich auch anzusehen von meinen lieben Booktube-Kolleginnen. Heute geht es um ein Hörbuch, das ich nicht nur gehört habe, sondern schon zigmal auch gelesen habe. Ich glaube, gelesen habe ich, ich bin dann mal weg von Harpe Kerkeling drei oder viermal und ich glaube, auch in ähnlicher Anzahl habe ich es schon gehört. Und da es nicht nur der Hörgenuss des Monats ist, sondern für mich auch zu einem Lebenslese-Highlight gehört, muss es heute hier einfach benannt werden und ich möchte davon ein bisschen erzählen. Harpe Kerkeling, ja, eigentlich Hans-Peter Kerkeling ist, glaube ich, Mitte der 60er Jahre in Deutschland geboren und man kennt ihn, ja, ich glaube, größtenteils als Moderator und Comedian. Und ja, es gibt einige ganz verrückte, ja, für Sachen, die er so gemacht hat, unter anderem als er Königin Beatrix gespielt hat und wirklich relativ weit gekommen ist mit dieser Nummer. Einfach nur fantastisch. Er hat, glaube ich, auch die erste oder sogar ersten zwei Staffeln von Let's Dance moderiert. Ach, und ich liebe ihn einfach. Ich habe all seine Bücher gelesen, Filme mit ihm gesehen, tatsächlich nicht die, die im Grunde vielleicht zum Beispiel auch auf diesem Buch basieren. Und ich bin ein großer Fan. In diesem Buch erzählt uns Harpe im Tagebuchartigen Erzählstil, ja, seine Reise auf dem Jakobsweg im Jahr 2001. Und das Buch sollte, glaube ich, gar nicht so entstehen, wie es dann entstanden ist, denn er hat sich wirklich Gedanken gemacht. Er hat Fotos geschossen mit einer Einwegkamera und er hat wirklich so Tage festgehalten. Manchmal hat er auch zwei, drei Tage pausiert. Und er erzählt uns diesen Weg, den er nicht nur zu Fuß läuft, sondern der Weg macht auch etwas in ihm. Und das ist fantastisch, wie er uns das erzählt. Er erzählt uns das sehr, sehr echt, sehr menschlich, sehr authentisch. Und man merkt, dass dieser Weg viel mehr ist, als dass man eben einfach 30 Kilometer am Tag läuft. Man merkt, wie das Innen nach außen kommt, das Außen nach innen geht und alles irgendwann im Gleichgewicht ist. Und man merkt auch, dass Harpe Kerkeling zu Beginn der Reise nicht wirklich über groß religiös ist. Er das nicht auch als diese Art Reise sieht, sondern ja, dass er im Grunde eigentlich auf der Suche nach etwas ist. Vielleicht auch nach sich selbst oder etwas, was irgendwie uns umgibt. Und er erzählt uns auf dieser Reise eben von Begegnungen, die zum Teil komisch sind, die zum Teil verwirrend sind, die vielleicht tatsächlich auch sein Leben zum Teil verändert haben. Wir erleben, wie er diese Reise sieht, welche Bilder er uns beschreibt, wenn er durch Landschaften läuft, Wege, wenn er Berge besteigt, wenn er auch einfach mal Schmerzen hat und drei Tage keine Lust mehr hat. Er hat sehr viel zum Lachen, hat mich tatsächlich auch immer seine Einstellung zu diesen Jugendherbergen gebracht, die er sehr ungern genutzt hat und eigentlich immer versucht hat, in der günstige Pension unterzukommen. Und ich mir so dachte, ja, ich wäre genauso. Also ich konnte so viele Dinge von mir in Harpe entdecken. Ich musste so viel lachen, so viel schmunzen. Er hat mich zum Nachdenken angeregt. Und ja, es ist auch Wahnsinniges dabei, was man vielleicht vorher von ihm gar nicht wusste. Zum Beispiel, dass er auch einmal eine Rückführung gemacht hat, ihm da Dinge auch widerfahren sind, die ich super spannend fand, egal, ob man daran glaubt oder nicht. Auch seine Einstellung so zum Leben, zur Religion, zu Glauben, zum Buddhismus. Ja, was sich da alles verbindet, auch zu sich selbst, fand ich wirklich. Ja, wie er auch Menschen wahrnimmt. Das ist ein großer, großer Punkt, den ich abgöttisch geliebt habe. Die Beobachtungsgabe, die Harpe hat, wie er Menschen sieht, wie er sie beschreibt, wie sich vieles, was er direkt erkennt, dann tatsächlich auch mit der wirklichen Person deckt. Und das macht ihn unfassbar sympathisch, sehr authentisch. Und man hat das Gefühl, dass er einem diese Geschichte selbst erzählt. Das tut er nämlich im Hörbuch. Denn das Hörbuch hat er selbst eingesprochen. Und es ist natürlich faszinierend, wie toll er seine eigene Geschichte nochmal vertont. Ich habe das Hörbuch diesmal zusammen im Leseclub gelesen. Auch den packe ich euch unten in die Infobox. Und ich habe das Hörbuch diesmal ganz bewusst gehört und habe es immer morgens zum Fertigmachen gehört. Eigentlich habe ich morgens eine Musikplaylist, die mich so durch die Stunde führt, die ich morgens in der Regel so brauche für mich und für alles, was ich tue. Ich habe mich aber ganz bewusst entschieden, nach meinem Yoga dieses Hörbuch anzumachen. Und da wir es ja auf sieben Tage gelesen, gehört haben, fand ich es ganz toll. So eine halbe, dreiviertel Stunde circa waren das dann immer Höreinheiten, weil ich ja doch ein bisschen schneller höre. Und ich habe das unfassbar genossen. Es wäre, als säße ich mit Harpe Kerkeling am Frühstückstisch. Nicht, dass ich da saß oder er, aber man hatte dieses Gefühl, es war wohlig, es war warm, es war sympathisch, es war einfach großartig. Und er erzählt aus seinem Leben, es gibt Rückblenden, wie er zum Film kam, zum Fernsehen kam, wie er im Radio gearbeitet hat, wie Bewerbungen abgelaufen sind, wie er Stand-up-Comedian war, welche Begegnungen er auch mit dem einen oder anderen Promi hatte. Und das ist so, wie wenn er wirklich nebenein sitzt und einem das erzählt. Und das wirklich mit einer Stimmung, mit so viel Echtheit, die mich absolut fasziniert. Und ich weiß noch, als ich das das erste Mal vor ja fast 20 Jahren gehört habe, wie fasziniert ich immer davon war und immer dachte, Steffi, wenn du mal eine Geschichte zu erzählen hast, die über dich selbst geht, dann mach das im Stile von Harpe. Und das glaube ich tatsächlich immer noch. Es ist immer wieder, ja, alle drei, vier Jahre höre ich, lese ich diese Geschichte, je nachdem. Und es ist immer wieder faszinierend, wie wohl ich mich hier fühle, wie ich auch diesen Weg zusammen mit Harpe laufe. Und auch wenn man natürlich weiß, in manchen Zügen was passiert, manches hat man vergessen, manches nimmt man auch später viel anders wahr, als es vielleicht beim ersten Mal der Fall war. Ich bin einfach hin und weg. Ich bin von diesem Buch wirklich total geflasht, auch wenn das ein Wort ist, was ich nicht so mag. Ich finde es wunderbar erzählt. Ich mag es, wie Harpe die Welt sieht und die uns erklärt. Und wie er irgendwann eben anfängt, vom Außen wegzugehen und ins Innere zu gehen und uns dann eben auch seine Wandlung im Inneren zu erklären. Ich finde es einfach bombastisch. Ich glaube, jeder, der irgendwie auf der Suche nach irgendwas ist, sollte dieses Hörbuch oder perspektivisch das echte Buch gelesen, gehört haben und das einfach mal genießen. Was ein Weg, was Laufen mit einem machen kann und vielleicht auch, was tatsächlich Tage der Stille mit einem tun, gerade auch irgendwie in dieser Zeit. Und ich habe sehr viel Kraft daraus geschöpft, sehr viele Gedanken, die in mir wieder etwas freigesetzt haben. Und das sollte überhaupt nicht esoterisch oder sowas klingen, aber es ist toll, wie ein Buch nachheilen kann. Und für mich tut es das definitiv bei Ich bin dann mal weg. Zur Verfilmung muss ich sagen, ich habe die nicht gesehen. Ich habe nicht vor, diese zu sehen. Und ich habe schon so viel Negatives gehört. Ich gebe mir das nicht. Für mich ist das Buch und das Hörbuch, ja, da läuft ein eigener Film im Kopf, ganz definitiv. Das Schöne am echten Buch ist, dass eben auch Bilder drin sind. Wer das also möchte, kann da eben auch einfach mal reinschauen und dann eben auch einfach die Bilder genießen, die Habe selbst gemacht hat. Für mich nicht nur ein Hörgenuss des Monats, sondern absolut ein Hörgenuss des Lebens, ein Lebenslese-Highlight, das ich gefühlt mir eigentlich jährlich einmal verschreiben müsste und es dann auch genießen sollte. Und ich liebe die Geschichte. Ich liebe es, wie er das erzählt. Und ja, ich möchte euch jetzt noch zwei, drei Zitate vorlesen, die mir besonders gut gefallen haben. Harper erzählt uns immer von Erkenntnissen des Tages. Und eine war, Was macht uns menschlich? Unsere kleinen Macken und die großen Fehler. Hätten wir sie nicht, wären wir alle wandelnde Götter. Eine zweite Erkenntnis ist, Manchmal ist es das Vernünftigste, einfach herrlich verrückt zu sein. Und das ist, glaube ich, ein Spruch, der muss irgendwann mal irgendwo gedruckt in meiner Wohnung an der Wand hängen. Und das letzte Zitat ist ja auch ziemlich am Ende seiner Reise und er sagt so schön, Jeder Mensch sucht nach Halt. Dabei liegt der einzige Halt im Loslassen. Und mit diesen Zitaten beende ich dieses Video und ich hoffe, mein Hörgenuss hat euch gefallen. Vielleicht kennt ihr ja das Buch, das Hörbuch, den Film. Dann lasst uns gerne austauschen in den Kommentaren. Ich verlinke alle anderen Mädels unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Ich verspreche euch, dass da auch ganz tolle Bücher und Hörbuch-Tipps dabei sind. Schaut da einfach gerne mal vorbei. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Ja, lasst es euch auf den Ohren gut gehen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.